Sie müssen die neuen Bestimmungen zur biometrischen Erkennung einhalten. Sie erhalten jetzt genaue Anweisungen, was Sie tun müssen. Sie müssen geradeaus in den TV-Monitor sehen, damit beide Gesichtshälften zu sehen sind. Sie dürfen den Kopf nicht nach oben oder unten neigen. Bitte nicht lächeln, kein Halbprofil, keine Kopfneigung. Bitte keine Haare im Gesicht, Augen geradeaus. Als Brillenträger achten Sie bitte darauf, dass Ihre Pupillen zu erkennen und keine Reflexe im Brillenglas zu sehen sind. Sie dürfen keine Kopfbedeckung tragen, ausgenommen sind religiöse Gründe. Drei, zwei, eins. Sie werden in einer Sekunde fotografiert. Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, drücken Sie drauf. Es wird dann dieses Foto gedruckt. Wenn Sie nichts tun, werden Sie noch dreimal fotografiert. Wenn Ihnen eines dieser Fotos gefällt, drücken Sie drauf. Es wird dann dieses Foto gedruckt. Wenn Sie nichts tun, wird das untere, rechte Foto gedruckt. Es wird gedruckt. Bitte warten Sie. Der Druck dauert noch ca. eine Minute. Entnehmen Sie dann die Fotos dem Ausgabeschacht unter dem Monitor vor Ihren Füßen. Vielen Dank für Ihren Besuch.